Der Aufschrei in der Gaming-Szene ist riesig. Spielehersteller Ubisoft hat das Online-Game The Crew einfach vom Markt genommen. Stecker raus, Server abgeschaltet, ihr könnt es nicht mehr zocken. Obwohl ihr es vielleicht gerade noch erworben habt. Die Causa Ubisoft, die hat sich mittlerweile bis in politische Kreise der EU hochgespielt. Und ich schau mal, was da passiert ist. Geht das wirklich, dass ihr im Dezember ein Game kauft und das dann einfach vier Monate später ohne größeren Tamtam abgeschaltet wird. Ich bin der Meinung, das ist rechtlich nicht okay, was Ubisoft da gemacht hat. Und ich schildere euch, warum das nicht in Ordnung war. Warum neue Gesetze der EU dem eigentlichen Riegel vorschieben sollten und wieso ihr jetzt einen Schadenersatzanspruch gegen Ubisoft habt. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und ich danke euch für eine Million Abonnenten auf diesem Kanal. Danke für jeden, der dieses Knöpfchen hier gedrückt hat. Stellt euch mal vor, Fortnite würde abgeschafft werden. Da würde es wahrscheinlich Demos auf den Straßen geben. Die Leute könnten es nicht glauben. Eines der beliebtesten Online-Games überhaupt wäre vom Markt verschwunden. Der Albtraum vieler Gamer. Und diesen Albtraum erleben gerade alle, die das Spiel The Crew lieben und schätzen gelernt haben. Das ist ein Open-World-Rennspiel. Hat bis Dezember noch 24,99 Euro im Playstation-Store gekostet. Und damit ihr mal eine Idee habt, wie das Game so aussieht, zeige ich euch mal einen Ausschnitt, wie das Spiele-Erlebnis bei The Crew so war. Seht ihr hier. Ah, kann ich mir schon vorstellen, dass das Spaß macht. Und jetzt ist das Spiel allerdings tatsächlich futsch. Denn am 1. April, und das ist wirklich kein April-Scherz, hat der französische Hersteller Ubisoft den Stecker gezogen. Die haben das zwar schon Mitte Dezember angekündigt und man konnte dann ab Mitte Dezember das Spiel auch nicht mehr kaufen. Aber ist doch ein bisschen kurzfristig, dass man nur viereinhalb Monate vorher beschließt, sobald ist Schluss. Und alle, die Anfang Dezember das Spiel geguckt haben, die hatten gerade mal fünf Monate gekauft haben, hatten gerade mal fünf Monate Spiele-Spaß. Jetzt alle Spielstände weg, Zugriff weg. Das Game ist einfach nicht mehr zugänglich, denn die Server sind abgeschaltet worden. Man verärgert damit sehr viele Spieler. Im Jahr 2017 hatte das Game immerhin noch zwölf Millionen Spieler. Und die Frage ist, durfte Ubisoft so ohne weiteres die Stecker hier ziehen und so kurzfristig vor allen Dingen abschalten? Ubisoft hat zwar Richtlinien für die Rückerstattung für digitale Käufe, aber ihr seht schon hier, die sagen, 14 Tage nach Kauf kann man eine Rückerstattung anfordern, wenn man das nicht länger als zwei Stunden gespielt hat. Sprich, da kann man schon sagen, so ohne weiteres ist dieser Fall hier jedenfalls nicht abgedeckt von den Regeln dort. Also da ist doch mal rechtlicher Klärungsbedarf, auf den ich jetzt hier gleich im Detail eingehen möchte. Aber vielleicht für euch, wenn ihr rechtlichen Klärungsbedarf habt, weil ihr Kunden bei X oder Twitter seid, ja, dann schaut einfach mal hier vorbei. Wir haben nämlich die Möglichkeit, euch beim Twitter-Datenleck zu helfen. Ihr müsst erst checken, ob ihr betroffen seid vom Twitter-Datenleck. Und wenn ihr betroffen seid, dann kommt ihr auf diese Webseite hier. Da ist der Checker, das ist aber ein QR-Code oder ein Link in der Caption. Ja, und wir können euch dann sagen, ob ihr einen Anspruch auf Schadenersatz habt. Und das Besondere hier an diesem Datenleck ist, wir arbeiten mit RightNow zusammen. RightNow ist ein Partner von uns und die zahlen euch direkt Geld. Egal, ob ihr eine Rechtsschutzversicherung habt oder nicht. Die checken, ob der Anspruch sinnig ist und dann kaufen die euch die Ansprüche ab. Also es gibt direkt Cash, ihr habt keinen Hazzle. Ihr könnt einfach sagen, ja, ich verkaufe meinen Anspruch und die setzen ihr dann in eigenem Namen durch. Habt ihr dann nichts wieder mit zu tun. Könnt ihr mal auschecken, vielleicht seid ihr ja betroffen und könnt davon Gebrauch machen. Ja, die Frage bei dem Game The Crew ist, wem gehört das Spiel, wenn ihr es gekauft habt? Also, wenn ihr einen Gegenstand kauft, ist klar, der gehört euch. Aber wenn ihr ein Spiel kauft, ja, auf einer CD-ROM, dann gehört euch auch die CD-ROM oder die DVD. Ist allerdings heutzutage eher seltener der Fall. Das Spiel FIFA oder EA Sports FC, das kann man ja heutzutage im Prinzip auch noch auf einer Disc bekommen, wenn ihr es in die Playstation einlegen wollt. Aber in den meisten Fällen läuft das ja alles nur noch virtuell ab und ihr ladet das auf die Konsole eben runter. So, und bei FIFA beziehungsweise EA Sports hättet ihr ja wenigstens noch die Disc. Die würde euch dann gehören, bringt euch allerdings auch nichts mehr, wenn die Server abgeschaltet sind. Bei The Crew jedenfalls ist es so, das ist ein reines Online-Spiel. Und da kauft ihr nicht das Spiel, sondern ihr erwerbt eine Lizenz. Und diese Lizenz ergibt euch eine Nutzungsmöglichkeit. Wie die Nutzungsmöglichkeit genau aussieht, steht dann in den Nutzungsbedingungen drin. Dazu gleich mehr. Aber unabhängig davon, ob es jetzt ein Kauf ist oder eine Lizenz, wir haben seit 2021, und das hat Ubisoft hier vielleicht möglicherweise übersehen, eine EU-Richtlinie, die genau solche digitalen Dienstleistungen für Verbraucher regelt. Und diese EU-Richtlinie ist in deutsches Gesetz umgesetzt worden. Das sind die Paragrafen 327 folgende im bürgerlichen Gesetzbuch. Das heißt, in unserem guten alten, 124 Jahre alten BGB haben wir jetzt Normen, die auch Online-Games, im weitesten Sinne halt digitale Produkte, regeln. So, das ist erstmal gut, weil da gucken wir gleich mal rein, was diese niegelnagelneuen Normen, die es seit drei Jahren gibt, hier in Deutschland, sagen und wie die euch hier weiterhelfen. Schaut man sich die Gesetzesbegründung der Europäischen Union von damals an, hat man gesagt, ja, die Leute, die digitale Dienstleistungen erbringen, wie zum Beispiel so die Spieleindustrie, das steht da auch offen drin, Spiele, Online-Games sind da ganz klar mit erfasst, die sollen für einen vernünftigen Zeitraum sicherstellen, dass die Inhalte durch Updates aktuell gehalten werden. Und da schauen wir jetzt mal rein in so einen Paragrafen, der das entsprechend regelt, 327f, bürgerliches Gesetzbuch. So, da geht es erstmal um Aktualisierung, um Updates, ist ja auch schon mal wichtig, ja. Da geht es dann nicht nur darum, dass das Spiel selbst online sein muss, sondern es müssen sogar Updates da sein. Und da heißt es, der Unternehmer hat sicherzustellen, dass dem Verbraucher während des maßgeblichen Zeitraums Aktualisierungen, die für den Erhalt der Vertragsmäßigkeit des digitalen Produkts erforderlich sind, bereitgestellt werden und der Verbraucher über diese Aktualisierung informiert wird. Zu den erforderlichen Aktualisierungen gehören auch Sicherheitsaktualisierungen, ja. Also da wurde erstmal gesagt, dass man über einen gewissen Zeitraum, eines maßgeblichen Zeitraums, den das Produkt bereitgestellt werden soll, dann entsprechend auch Aktualisierungen da sein müssen. Ja, da würde ich jetzt mal sagen, ja, klar, der maßgeblichen Zeitraum, der kann jetzt nicht nur vier Monate sein. Ja, das ist einfach viel zu kurz. Wir haben, ich würde da immer eine Parallele ziehen zum Kaufrecht. Im Kaufrecht wisst ihr, ihr habt jetzt zwei Jahre Gewährleistungszeit. Und da, es gibt ja jetzt ehrlicherweise, das ist alles noch recht neu, noch keinerlei Urteile dazu. In meinen Augen würde ich sagen, ja, für einen Zeitraum von rund zwei Jahren muss man schon zusehen, dass so ein Spiel da ist und mit Updates versorgt wird. Das wäre die Konklusio, die ich hieraus herleiten würde. Wenn aber ansonsten nichts geregelt ist, wäre das so der Mindestzeitraum. Wenn Ubisoft nicht in irgendeiner Weise gesagt hat, ja, wir bieten das Spiel nur vier Monate an. Also das hätte ja noch sein können, dass die in irgendeiner Weise in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen was anderes regeln. Der 327H BGB sagt, dass man ausdrücklich etwas anderes vereinbaren kann. Das heißt, nach dem 327H hätte jetzt Ubisoft sagen können, ja, wir haben, hier sieht man hier, abweichende Vereinbarungen über Produktmerkmale. Ja, man kann von gewissen Anforderungen nur abweichen, wenn der Verbraucher ganz klar darauf hingewiesen wurde. Das heißt, wenn in den letzten zwei Jahren euch gesagt worden wäre, hey, ihr kauft das Spiel, aber am 1. April 2024 wird es definitiv abgeschaltet, ja, dann wäre das eine andere Geschichte gewesen. Aber Ubisoft selbst hat euch kein extra Häkchen gegeben, wo darauf hingewiesen wird, ihr kauft jetzt The Crew und habt es noch meinetwegen ein halbes Jahr. Okay, ja, dann wisst ihr, jeder ist mir das 25 Euro wert für ein halbes Jahr, aber das gab es meines Wissens nicht. Ich kann mich jetzt leider nicht mehr da einloggen, weil es ja weg ist, aber ich habe mal im Internet recherchiert, keiner berichtet davon, dass er akzeptiert hat, dass es das Game nur ein halbes Jahr gibt. Jetzt sagt Ubisoft, ha, 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 kein Problem. Wir haben ja Nutzungsbedingungen auf unserer Seite, habe ich mir natürlich auch angeguckt, und die berufen sich auf 4.1 der Nutzungsbedingungen. Gucken wir mal rein. 4.1, wie können wir unsere Dienste ändern? In diesem Artikel wird mitgeteilt, unter welchen Umständen wir unsere Dienste und Inhalte ändern können. Ja, also die sagen hier, wir garantieren nicht, dass die Dienste jederzeit an allen Orten weltweit und auf allen Geräten verfügbar sein werden. Wir garantieren nicht, dass wir weiterhin alle Dienste über einen Mindestzeitraum anbieten werden. Wir behalten uns das Recht vor, die Dienste insgesamt oder teilweise jederzeit zu kündigen. Ja, das ist ja ein Witz. Ja, da komme ich auch gleich, ob man solche AGB machen kann. Fakt ist schon mal, erst mal ist es nur in AGB geregelt. Wenn ich mir den 327H BGB anschaue, dann darf man nur durch eine explizite Zustimmung abweichen von irgendwelchen Normen. Ja, das heißt, wenn extra Häkchen hätte sein müssen, war schon mal nicht, jedenfalls nicht nach meiner Kenntnis. Jetzt versuchen die es über die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die seht ihr hier. Ja, und da sagen die, oh, wir können jederzeit alles immer einstellen. Ja, die sagen auch noch mal, das ist denen ganz, ganz wichtig, in 15.1 regelt Ubisoft das noch mal. Die sagen in 15.1, Haftungsbeschränkungen, Ausschluss, sagen sie, dass sie jederzeit alles, mal ganz kurz gucken, hier verfügbare Dienste einzustellen. Ich suche das mal, ich hatte es vorhin schon gefunden. Ja, hier, Ubisoft behält sich das Recht vor, die verfügbaren Dienste ganz oder teilweise jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung einzustellen. Ja, also auch da haben sie es noch mal geregelt. Wir können das jederzeit einstellen. Die Frage, die sich mir als Juristen und als Anwalt natürlich stellt, geht so was? Kann man das im deutschen Recht wirklich mal so in die AGB schreiben? Ja, und da sage ich, 307, bürgerliches Gesetzbuch, regelt die sogenannte Inhaltskontrolle. Was darf in AGB denn eigentlich drinstehen? Und da muss man sagen, Bestimmungen sind unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treuern glauben, unangemessen benachteiligen. Und tatsächlich kann man ja nicht von irgendwelchen wesentlichen Grundgedanken des Gesetzes abweichen, wenn man jetzt sagt, ja, es muss alles für eine gewisse Zeit angeboten werden, auch die digitalen Inhalte. Man kann die nicht einfach nach zwei Monaten wieder abschalten. Dann kann man hier sicherlich sagen, das wäre vom wesentlichen Grundgedanken abgewichen und das darf man in AGB nicht. Und wir haben hier auch die Nr. 2, also das steht hier, ein wesentlicher Grundgedanke der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist und wesentliche Rechten und Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben, so eingeschränkt werden, dass die Erreichung des Vertragstecks gefährdet ist. Auch da kann man sagen, das passt auch ganz gut. Die können nicht in den AGB schreiben, ja, wir verkaufen euch, also im Hauptvertrag schreiben, wir verkaufen euch hier eine Nutzungslizenz und in AGB sagen sie, edgy, begy, Pustekuchen, wir löschen alles wieder, wenn wir das wollen oder bieten die Server eben nicht mehr an. Also insofern glaube ich, hier gab es keinerlei Möglichkeit für Ubisoft, so kurzfristig hier wieder das Ganze abzuschalten. Das müsste dann tatsächlich eingeklagt werden von euch, dass ihr wenigstens Geld zurückbekommt. Ich würde erst mal Ubisoft schreiben und sagen, hier, guckt euch das Video vom Solmecker an. Der sagt, ihr dürftet nicht abschalten, so ohne weiteres. Man kann auch noch überlegen, ob man ja genau jetzt sozusagen Schadenersatz fordert. Hier schauen wir uns eine Norm an, die ich herausgefunden habe. Das ist der 327R BGB. 327R bei dauerhaften Bereitstellung darf der Unternehmer Änderungen des digitalen Produkts nur vornehmen, wenn der Vertrag die Möglichkeit hat, dem Verbraucher durch Änderungen keine zusätzlichen Kosten entstehen, der Verbraucher klar und verständlich über die Änderungen informiert hat. Also viel geht bei diesen Normen darum, dass ihr beispielsweise eine Online-Wage gekauft habt, ein Produkt mit Online-Zugang. Beziehungsweise, na gut, hier haben wir jetzt komplett die digitalen Produkte und da kann man nicht so ohne weiteres sagen, wir haben jetzt hier komplett etwas geändert. Also man darf sowieso schon nicht ganz ändern und dann heißt es ja auch, er darf schon gar nicht ohne weiteres Offline nehmen. Also da ohne triftigen Grund. Und einen triftigen Grund hatten die hier nicht. Und wenn man sagt, diese Norm greift, er hat jetzt einfach ohne triftigen Grund geändert, denn Löschen ist ja nun nachweislich ein Ändern, dann hat er Rechte. Und diese Rechte ergeben sich aus 327i BGB und da Nr. 3. Es wird da auf das Schadensersatzrecht im BGB verwiesen. Also ihr seht, das ist hier alles nachträglich reingekommen ins BGB. Ist auch wirklich noch niegelnagelneu. Urteile gibt es noch nicht dazu. Aber es geht eben um Rechte vom Verbrauch haben bei digitalen Produkten, die in meinen Augen Ubisoft hier übersehen hat. Ubisoft selbst ist dann im normalen Schadensersatzrecht des BGB drin, begrenzt allerdings die Haftung selbst wieder in den Nutzungsbedingungen. Also ihr seht, wir sind hier wirklich einmal durchgesprungen. Und da sagt Ubisoft in Nr. 15 war es, glaube ich. Hier Entschädigung, Haftungsbeschränkung haben sie drin, dass sie auf die endgeltlich, mal kurz gucken, hier, darüber hinaus haftet, hier unten seht ihr das, darüber hinaus haftet Ubisoft lediglich für den Ersatz der endgeltlich erworbenen Inhalte. Das heißt, sie beschränken das Ganze auf die 24,99. Also sie sagen jetzt, größere Schäden dürft ihr nicht geltend machen. Da kann man sicherlich sagen, okay, so eine Beschränkung könnte hier zulässig sein bei den Games. Aber das würde zumindest dazu führen, dass ihr, wenn ihr das Spiel kürzlich erworben habt, sagen wir vor vier Monaten, den gesamten Kaufpreis zurückbekommt. Habt ihr es vor zehn Jahren erworben, würde ich sagen, ja, kann man sagen, dann muss Ubisoft eventuell nicht noch weiter das Game anbieten, dann liegt die Rückerstattung eher bei Null. Und wenn ihr es aber gerade erst erworben habt, könnt ihr das ganze Geld rückgängig machen. Ich würde es dann einfach mal versuchen über den Antrag, den Ubisoft in den Rückerstattungsrichtlinien hat. Die haben ja da die Möglichkeiten, da könnt ihr mal reingehen. Ich habe euch das unten auch verlinkt und ich würde einfach denen einen Link zu dem YouTube-Video hier geben. Die sind im Unrecht. Also wenn ihr länger als, kürzer als zwei Jahre das Spiel erst habt, muss es Geld zurückgeben und dann halt anteilig. So jedenfalls meine Rechtsauffassung in dieser Sache. Es gibt einen YouTuber in den USA, der heißt Ross Scott, der plant jetzt eine Klage gegen Ubisoft. Der YouTuber ist für Half-Life, die Half-Life-Serie Freemans Mind bekannt und hat 330.000 Abonnenten. Und der sagt jetzt, er möchte klagen, wie einige Gaming-Zeitschriften berichten. Er argumentiert, dass The Crew unter einer dauerhaften Lizenz verkauft wurde, nicht unter einem Abo. Es wurde uns ein Produkt verkauft, keine Dienstleistung, sagt Scott in seinem neuesten Video. Und dann hat der Verkäufer das Spiel unbrauchbar gemacht und ihm nach dem Verkauf jeglichen Wert genommen. Na klar, das ist im Prinzip auch meine Argumentation. Er möchte in Amerika klagen gegen Ubisoft und eben das Ganze stoppen. Ein Gericht soll jetzt hier urteilen. Er sagt selbst, naja, mal gucken, wie das Gericht das sagt. Er rechnet sich nicht die größten Chancen aus, aber er sagt, der Punkt ist tatsächlich größer als nur das Spiel selbst und größer als Ubisoft. Ich versuche zu verhindern, dass Spiele, die die Leute behalten und für sie Geld bezahlen wollen, zerstört werden. Klar, dass Spiele nicht für die Ewigkeit angeboten werden können, das sehe ich ein. Allerdings mit so einer kurzen Vorlaufzeit, ein Spiel abzuschalten, sehe ich nicht ein. Also ich würde immer so die zwei Jahre, die man auch im Kaufrecht als Gewährleistung hat, als Mindestgrenze ansehen, die so ein Online-Game online sein muss, wenn nichts anderes vereinbart worden ist. Ja, wenn ihr wusstet, worauf ihr euch einlässt, okay, so what? Ja, dann kann jeder für sich selbst entscheiden, ob ihm das das Geld wert ist. Da können die auch eine Woche nur das Game anbieten, wenn euch das 24,99 wert ist, okay. Aber wenn ihr es nicht wusstet, mindestens zwei Jahre in meinen Augen. Patrick Breyer, das ist der Europaabgeordnete der Piratenpartei, der hat auch so seine rechtlichen Bedenken und er hat jetzt die EU-Kommission um eine Stellungnahme gebeten. Er hat das auf seiner Webseite angekündigt. Werfen wir auch mal einen Blick drauf. Er sagt hier, Computerspiele sterben, Piraten schalten EU-Kommission ein, sagt Patrick Breyer hier. und er bezieht sich da explizit auf die Abschaltung von The Crew. Er ist der Ansicht, dass es inakzeptabel und nach seiner Meinung nach vermutlich auch illegal sei, ich glaube, dass das illegal war, in vielen Punkten hier, Spiele erst gewinnbringend zu verkaufen, um sie dann lahmzulegen. Er selbst sagt gar nicht, gegen welches Recht die das verstoßen. Er sagt jetzt hier nur, verstößt das gegen EU-Recht. Ich habe jetzt mal die Normen gerade geliefert, also es dürfte gegen diese EU-Richtlinie verstoßen, die ich euch gerade genannt habe, die dann in deutsches Gesetz umgesetzt worden ist. Und er fordert dann generell, beziehungsweise die Piraten fordern generell, dass verwaiste Software nicht ohne weiteres verschwinden soll. Also die Community soll die Möglichkeit haben, Software zu übernehmen und weiterzuentwickeln. Ist natürlich nicht ganz easy. Die Community müsste dann natürlich auch die Server betreiben, aber könnte natürlich sein, dass sich da welche finden, die das Geld zusammenpacken und dass man dann eben das Spiel weiter betreibt. Ist aber auch nicht ganz einfach, weil der Spielehersteller ist natürlich schon, das sehe ich ein, Eigentümer des Games, die haben da Millionen, manchmal Milliarden in so ein Spiel gesteckt. Wieso sollte er nur, weil er sich entscheidet, das nicht mehr anzubieten, das Spiel dann verschenken? Also da muss wahrscheinlich noch ein bisschen Gehirnschmalz reingesteckt werden. Wobei man auch sagen muss, für sogenannte verwaiste Werke in Literatur und Musik, also Leute, wo man nicht mehr, Werke, wo man nicht mehr ganz genau weiß, wer der Urheber ist, da gibt es so Normen, dass man sagt, die kann man öffentlich verfügbar machen und weiter schützen, weil sie als Kulturgüter erhalten bleiben sollen. Und wenn man jetzt einen Klimmzug macht und sagt, ja Spiele sind auch sowas wie ein Kulturgut und sollen auch erhalten bleiben, ja, dann könnte man da hinkommen, was die Piraten hier wollen. Ist allerdings ein schwerer Eingriff in das Eigentumsrecht des Spieleherstellers, da ist die letzte optimale Lösung sicherlich noch nicht gefunden worden. Ja, eine kleine Hoffnung gibt es aber dennoch. Es gibt die Initiative Stop Killing Games und die habe ich euch hier mal gezeigt. Stopp die Zerstörung von Videospielen, da kann man sich auch aktiv daran beteiligen. Stopp die Tötung von Spielen, kann auch erstmal deren Mailingliste abonnieren. Die möchte eben erreichen, dass Gesetzesberatungen zur Abschaltung von Spielen getätigt werden. In Australien hat die Aktion mittlerweile genügend Unterschriften gesammelt und um einem Abgeordneten oder einem Minister vorgeschlagen zu werden. Das heißt, da kommt es jetzt ins Parlament mutmaßlich und vielleicht können ja die Gamerszene hier in Deutschland auch ein bisschen was bewegen, dass man irgendwas tut, damit die Gaming-Publisher nicht so ohne weiteres die Spiele wieder abschalten können. Ihr müsst übrigens das auch noch nicht abschalten. Ich habe hier noch zwei Videos, die sich ebenfalls interessieren könnten. diskutiert lebhaft unten in den Kommentaren darüber, wie ihr das findet, dass The Crew plötzlich abgeschaltet wird oder sagt mir, wo es euch mal gekickst hat, dass eure Games abgeschaltet worden sind. Bin auf euren Input gespannt. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin. Wir sehen uns das in der sizing Phase.